hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal ich bin's wieder und ja jetzt spielen wir mal wieder clash royale und ich werde das kaum glaube ich bin arena 8 ich hab vorhin nach der aufnahme hatte hatte ich noch ein paar fights mal so gespielt habe nicht mal bemerkt dass ich das nur noch zehn pokale gefehlt und ja auf jeden fall ich bin jetzt endlich arena 8 und ja ich möchte heute ich möchte jetzt mal die kronen-duell-herausforderung machen wir haben bisher einen wind und einen los ich denke mal der eisgeist wäre besser gewesen ist beides so gut ja ja Na ja, wir haben wenigstens so wenige Damage gemacht. Scheiße! Das macht auf einmal... Damage! Nein, der geht down! kann ich nichts anderes machen mein leben leute wird so ein haus hier mein magier her Hehehe, skömmert Sommarhoff. Und hoffentlich gewinnen wir jetzt noch. Ja, ja, also einen Tower haben wir auf jeden Fall noch gekriegt. Nein, jetzt, ähm, äh, Kutschspiel. Also heißt, wir verkacken jetzt total. Oh, das ist mies. Und jetzt, ich denke, Ohnholzfälle auf jeden Fall. Ohnholzfälle. Ohnholzfälle. Und jetzt. Nein, der hat einen Bowler. Er hat sich einen Bowler einfach mitgenommen. meine rocket dem bowler down scheiße mein tauber ist dauernd und aus mir seit zwei das stein wir haben verkackt nein wir haben recht verkackt gutes Spiel ja Leute jetzt müssten wir unsere Truhe öffnen können ja ich öffne sie einfach mal uuuh Elektromangie Herausforderung naja die schauen wir uns im nächsten Video an also haut rein meine liebe Leute und tschüss